Einkäufe nehmen immer Zeit in Anspruch. Das Hard-Discount-Konzept von Wanzel sorgt aber dafür, dass Sie ganz schnell gehen. Der Schlüssel ist der Scan-Trolley. Er wird mit dem Smartphone entriegelt und mit dem Smartphone gekoppelt. Er ist mit einem eigenen Scanner versehen. Produkte werden daran direkt gescannt und werden im Konto des Kunden angezeigt. So erfasst der Kunde die gewünschten Produkte blitzschnell selbst und erstellt in seinem Konto quasi seinen eigenen Kassenzettel. Gleichzeitig behält er jederzeit den Überblick über seinen Einkauf. Bezahlt wird bequem per App. Nach der Bezahlung erscheint hier der QR-Code für die Ausgangsanlage. Ganz ohne Umpacken oder Kassenschlange. Als Dankeschön erhalten Sie einen Bonus-Gutschein für Ihren nächsten Einkauf. So einfach ist das Einkaufen der Zukunft. Und blitzschnell obendrein. Bewertung und Bedarf. und bindet's dann mit rein. Bewertung und Bedarf. Bis zum nächsten Mal.